herzlich willkommen zu unseren zu unserer neue folge von ab heute haben wir zu gast julia und sie hat ganz besondere kunstart also der eine von der ich zum beispiel absolut keine ahnung haben das hat was mit mangas zeichen zu tun und ich bin sehr gespannt was sie uns heute erzählt und ich würde sie auch gleich reinholen und sie erzählt dann alles andere selber schön dass du die schön dass zeit gefunden hast ich sehe schon ein paar bilder von dir ich bin super gespannt ich erkenne sogar diese bilder von der art night kennen wir uns auch noch also wir haben bestimmt schon mal bei so eine ja diese zusammenkünfte getroffen also online oder was warst du auch mal in berlin letztes jahr nein ich bin erst bei diesem jahr bleib günstig ach so okay okay gut bin sozusagen seit corona leider noch in der training phase okay okay aber du hast ja schon ein bisschen vorgearbeitet sehe ich genau also ich habe schon ein paar kurse gehabt und dann kam corona und hat mir leider meine letzten vier kurse dann versemmelt so dass ich lieferlich machen konnte okay cool aber wir kommen gleich noch mal dazu erzähl doch mal erst mal wie du heißen wo du herkommst also ich bin julia und komme aus dem schönen dresden ja ich habe heute an dresden gedachte ich war mal dort zu besuch also ich habe nur die stadt angeschaut wir hatten dann dort so ein sommercamp gehabt mit mädels ja so für eine woche so ein ausflug da war ich noch in der schule ich fand das ist wunderschöne stadt wir hatten auch schon hier richtig das ist eine schöne altstadt da kann man wirklich viel vieles altes und auch ganz viel modernes was jetzt halt entstanden ist in den letzten jahren ja das ist wie gesagt das ist eine wunderschöne stadt eine freundin von mir dort wohnt zurzeit dort mit der hatte ich auch ein uptalk gehabt mit jackie das ist auch online sie macht dort yoga und fotografie und wir hatten mit ihnen auch so ein bisschen um die kurs gesprochen super freut mich dass du bist ja auch jetzt art night künstlerin du bist in der trainierphase aber deine hauptkunst ist ja was anderes die kommen aber auch jetzt gleich noch mal dazu erzähl mir was du bist du zu kunst und generell gekommen also das hat für mich schon in den in den frühesten jahren angefangen wo ich noch ganz klein war laut meiner mutin die hat mir auch immer als ich weiß nicht woher ich dieses ganze freihand zeichnen kann oder konnte weil sie ist so dieses grafische zeichnen das ist zum beispiel gar nichts für mich da komme ich zum beispiel gar nicht mehr klar und ja also ich habe da schon sehr viel gezeichnet hatte auch mit dem schulabschluss habe ich auch kunst als prüfungsfach gehabt und habe da kunstprüfung gemacht und ja danach ist es leider total in die flöte gegangen da war dann halt ausbildung wichtiger dann kam mein erster sohn zur welt und da war halt familienleben dann paar jahre später kam mein jüngster jetzt zur welt und richtig malen jetzt tue ich wieder erst seit letztem jahr sommer und hat sozusagen zehn jahre abstinen von der kunst gelesen ja und hab dann halt jetzt gemerkt wie es ist wenn man dann halt wieder jemanden also was findet was man wirklich gerne macht und gerne hat und wie das eigentlich immer wieder polt ja cool aber du hast ja eine sehr bestimmte richtung du hast ja diese mangas ja also tatsächlich hast du ja also sehr viele davon wie bist du zu denen also mich hat schon als teenager immer man das interessiert und erst jetzt wo ich halt wieder mit der kunst beschäftigt habe bin ich auch wieder in dem bereich reingerutscht und habe dahingehend dann halt auch gemalt also manga diese manga art ist halt nicht das einzige was ich mache sondern ich tue auch ganz viel mit aquarellmalen und hab halt da auch landschaften und so und aber halt jetzt derzeit ist halt mein steppenpferd weil ich halt keine art night ausführen kann halt mich dahin wieder einzukrooven und zu schulen ich war auch zeitlang von mangas fasziniert also so mit 14 bis vielleicht sogar 18 ja da habe ich diese selamon geguckt gebe ich offen ehrlich zu aber dann danach weiß ich auch nicht mehr also andere haben mich nicht so gefesselt aber von selamon war ich sehr begeistert also wahrscheinlich kennst du das auch das ist so ziemlich bekannt da fand ich die mangas auch total toll aber ich wusste nicht dass man sie zeichnen kann ich bin es vor kurzem darauf gekommen dass man überhaupt also dass es diese kunstrichtung als kunstrichtung gibt ja weil eine freundin von mir auf einmal gesagt ja ich möchte mal wieder mangas zeichnen das sind noch trickfilme ne doch also da gibt es sogar sehr viel und dann habe ich das bei dir gesehen deswegen fand ich es interessant wir hatten ja noch nie also bis jetzt hatte ich in meinem art talk noch niemanden mit diesen mit dieser zeichenart hatten schon fotografie wir hatten schon pop art und so so sachen ja und jetzt kommst du mit bangers schön genau deswegen wirst du uns noch ein bisschen hoffentlich was dazu erzählen was hast du eigentlich als ausbildung gemacht irgendwas kreative ne ja also nie wirklich kreativ aber ich bin gelernte bäckerin und durchaus ja ja klar ist es kreativ ähm und da bin ich auch sozusagen fertig gelernt und jetzt arbeite ich halt lebensmitteleinzelhandel weil es einfach auch mit Kindern einfach flexibler ist ja klar stabiler ja aber auch beim backen kann man sich durchaus kreativ ausdoben also bis jetzt bis jetzt habe ich immer ich koche sehr kreativ also ich koche das was da ist ne also Kühlschrank auf okay heute gibt es das und das aber wenn es um backen geht konnte ich bis vor kurzem nichts machen ohne ein Rezept weil ich dachte es ist ja sowas wie Medizin zusammen mixen ne war für mich also musste alles genau abgemessen werden dann habe ich das in den Backofen erst geschoben und dann gab es Corona-Krise ich musste mich kreativ irgendwie betätigen habe sehr viele Lebensmittel hier gehabt wie wahrscheinlich viele von uns und da habe ich mir gedacht das wird jetzt ein schöner Kuchen was haben wir da und da habe ich einfach alles zusammen gemixt das war der beste Kuchen aller Zeiten bis jetzt okay du hast ja erzählt du bist ja jetzt ähm in Einzelhandel und nebenbei machst ja noch die Adner-Ad-Kurse ne genau machst du noch etwas Kreatives zusätzlich ähm ne eigentlich nicht außer halt das zu Hause malen und kreativ sein und das hast ja vor einem Jahr wieder aufgenommen hast du gesagt genau also das hat sogar bei mir mit einem Art Night wieder angefangen das Kreativ werden und ähm mein Mentor den ich sozusagen habe der war dann sozusagen der ausschlaggebende Punkt mit der Art Night dass ich wieder gesagt habe oh ja ich habe wieder Lust am Malen ich möchte mich weiter und wieder mehr damit beschäftigen und ähm ja und dann habe ich mich halt auch einfach ganz locker und spontan einfach mal entschieden okay bewirb dich mal bei Art Night und hast du vorher Kurse besucht? ja ja also ich selber habe vorher auch Kurse besucht ich hätte auch dieses Jahr noch einen Kurs gehabt bis Corona kam ja ich meine bei Art Night genau da habe ich selber Kurse als Teilnehmer besucht genau ja das war ja bei mir auch so ich habe einen Kurs von der Art Night besucht und danach dachte ich okay jetzt muss ich mich bewerben sofort also am gleichen Tag habe ich noch die Bewerbung abgeschickt und ganz ganz schnell warte mal ganz kurz ich mache noch ganz schnell diese Kommentare da raus einfach nur damit ich dein Gesicht besser sehen kann sehr gut ähm ja ich fand das Konzept ganz interessant ganz am ersten Abend wo ich dann da war bei der Art Night dann dachte ich mir okay ich bewerbe mich mal also bei mir hat es nicht so lange gedauert ich dachte mir bevor ich hier weißt du die goldene Regel wenn du etwas machen möchtest du hast 48 Stunden Zeit danach kannst du es vergessen weil danach geht es so weißt du so eine Karussell im Kopf soll ich es nicht und da hast du tausende Argumente dafür und tausende dagegen du hast 48 Stunden Zeit zum Handeln mach irgendwelche ersten Schritte also ersten Schritte einfach mal Bewerbung abschicken und dann ruhig schlafen gehen und so habe ich dann bei Art Night auch gemacht dass ich dann direkt mich beworben habe und dann dachte ich mir okay jetzt ist es gut dass ich dann nicht so viel beworbe bei mir war es ich habe mich im Dezember letztes Jahr beworben und hatte das dann auch meinem Mentor gesagt gehabt und er hatte auch gesagt so auch cool nur ich drücke dir die Daumen mal gucken wie weit du kommst ja und wir hätten bete nie gedacht dass ich dann halt wirklich schaffe dass Art Night mich nimmt also ich habe wirklich null damit gerechnet und habe mich natürlich dann dementsprechend riesig super gefreut ja ne da kommst du ganz schnell rein also ich denke mal die haben sehr gute Abholtechnik sodass sie die Leute da rein holen und schulen und vor allem denen zeigen wie was alles funktioniert sodass du nicht alleine gelassen wirst übrigens siehst du ja das ist super cool das Teefra will ich auch nicht mal gerne mal ah also äh 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 da ist die Stop-Sock ja die Tänzerin dann noch in der Ecke wenn ich dann noch weiter mich umdrehe ich muss mal gucken da geht es noch weiter ja ganz viele ja ja also ich kann sie mal kurz im Motiv holen was ich bei meiner letzten Art Night gemacht habe sehr gern sehr cool sehr cool das aber das ist ja ne das ist doch gar nicht von Art Night ne also ähm ich hatte das Joker-Motiv gebucht gehabt und ähm da ich aber dachte so ne ich bin halt auch gern der Typ ich mach's gern ein bisschen anders und da mir halt der Joker alleine zu blöd war hab ich das Motiv halt zuhause vorbereitet und hatte nur den Joker so ein bisschen von dem Konton halt schon vorgezeichnet die Harley auf der anderen Seite war so komplett fertig vorgezeichnet und dann während der Art Night hab ich den noch ausgearbeitet unter Anleitung vom Lehrer vom Künstler und ähm hab's dann noch farbig gemacht und ja am Ende ist halt das Bild rausgekommen bloß bei meiner Harley hab ich dann noch ein paar Schattierungen mit reingesetzt genau Hast du das überhaupt in deinem Account gepostet dieses Bild oder hab ich das ich hab's jetzt nicht ich bin jetzt in der Zähne ja das ist aber recht weit unten mit Vorher nachher hab ich das glaube drin einmal ohne Schattierungen und einmal mit Schattierungen ok aber ich bin halt nie weiter drauf eingegangen hab auch nicht viele Bilder davon drin weil ich äh das so sagen von meinem anderen Account rüber gezogen hab und denen so sagen als ich bei Art mal angefangen hab erst Geld hab nee das hab ich hier nicht gesehen ich bin grad schon am googeln ich bin grad schon am am gucken echt weit unten sein ah jetzt 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 genau das muss ich mir genauer anschauen im Moment ja cool also coole Sache das ist quadratisch genau das ist ein quadratisches und das hab ich dann halt schräg gemacht klasse also find ich total cool wie du das gemacht hast und dann hast du auf jeden Fall das ist halt in die Richtung wo ich halt bin mhm du hast auf jeden Fall sehr sehr gut ausgeprägtes schon Pinselführung würde ich sagen oder wie sagt man das also du hast eigenen Stil und das ist ganz cool ne viele Künstler träumen davon ja ihren eigenen Stil zu finden mhm eigenen Stil zu bekommen und du hast ziemlich schnell eins gefunden wenn du sagst hier ich war zehn Jahre in der Pause und dann setze ich mich hin und dann passiert das schon das ist cool das ist schon mit uns die richtige Manga Art also mache ich erst seit diesem Jahr wieder glaube Februar, März habe ich da hingehen wieder richtig angefangen dahin zu malen und zu zeichnen und vorher waren es halt wirklich bloß die Acrylbilder oder Aquarelle halt ja aber deine Acryl und Aquarelle die sind ja auch total cool also das ist ja diese galaktische ne diese Bilder wo wir am Ende nochmal was zeigen aber du kannst ja gerne jetzt schon mal was hochhalten wenn du was vorbereitet hast ja ich habe hier sogar meine ganze Mabbelie oh wow du kannst wirklich alles zeigen wir möchten alles sehen also mein erstes Aquarell überhaupt war das hier das hier unten ja da habe ich mich getestet an meinen Farben dann kam das hier mhm so genau so ist es verständlicher und dann habe ich halt mit diesen Wetterleuchten angefangen ich habe keine Ahnung wie du das machst echt nicht ja und dann du musst das immer wieder andersrum halten ja genau also das sind so die wohl die ersten die ich gemacht habe ähm ich habe sogar einmal auch Hogwarts dabei oh ja geil total cool hier hatte ich zum Beispiel eine neue Aquarellfarbe bekommen und habe sie dann halt da ein bisschen ausgetestet ich finde das halt an Aquarellen auch sehr schön man kann nur etwas bestimmen vor allem wenn man halt mit der Technik arbeitet wie ich arbeite wie die Farben werten oder verlaufen also das ist kann man nie genau bestimmen ja ich habe aber auch andere Sachen wo ich mich halt teste wie ich jetzt andere Sachen mache und da plump ja total cool also ich finde das total genial du musst mal wir müssen mal mit dir so einen Workshop machen damit du zeigst wie man solche Verläufe hinbekommt wenn man solche geile Bilder zeichnet also total cool ich finde sie total genial ganz ehrlich das Schwierige ist halt wirklich wenn man jetzt wie bei dem Mond nur einen bestimmten Bereich hat in dem man arbeiten kann aber dann halt solche Verläufe haben möchte und ich dachte du klebst das ab? ne das habe ich nie abgeklebt also hier habe ich wirklich null abgeklebt die sind so wie sie sind habe ich sie gemalt ich habe bloß mir den Mond vorgezeichnet und dann halt schriftweise und ich habe sogar ein Aquarell gemacht mit unserer Tänzerin so ähnlich wie in unserer Tänzerin genau und das ist halt das lustige man kann halt wirklich sehr viel machen und ist leider noch nicht fertig erinnert sich an jemanden das steht bei mir auch hier im Wohnzimmer nur hinter der Tür gerade genau weil ich ich könnte jedes Mal zu den Terminen nehme ich nicht und ja bei mir wird halt immer gesagt ich benutze halt wirklich sehr kräftige knallige Farben wie? wie machst du das? wie machst du das mit Aquarell? jedes Mal wenn ich Aquarell in die Hand nehme ist das so blass wo ich mir denke mein Gott das ist schon halb gestorben auf dem Blatt ja weil das ist keine Ahnung ich schaffe nie schöne gräle Aquarellbilder zu zeichnen zu malen also ich habe eine Farbe da das ist eine russische eine was? eine russische mit der wie heißt sie? das ist eine russische Firma deswegen so sieht das denn aus das ist so eine Palette ja und ja also mit den ganzen Blüten die ich schon gemalt habe man sieht auch dann bei mir immer genau welche Farbe ich benutze aber wie heißt diese Farbe nochmal? also diese russische Farbe wie ist der der Name davon? nicht so ich gebe das nimm so nett also das ist das einzige was steht das andere ist noch russisch das kann ich leider nicht lesen kannst du mir ein Foto auf WhatsApp schicken wenn du dann ja na klar das kann ich machen dann kann ich das vorlesen dann kann ich sagen was das ist ok ja können wir ja nachher können wir das extra Tipp nochmal ich bin auch bei Facebook in Aquarell Gruppen und also ich bin da echt noch ein vorkliger Anfänger naja wenn man die halt verfleicht mit mir aber die haben mir dort auch schon gesagt also an meinen Bildern erkennt man halt wirklich mein Stil also wenn man das Bild sieht lässt man sofort ok das kriegst du ihr und das ist für mich ein Künstler ist halt wirklich ein richtig gutes Kompliment weil man erkennt von wem wurde das gemacht ja ich bin gerade ich bin total überrascht von dir zu hören dass du es seit einem Jahr wieder malst weil ich dachte wo ich deine Sachen gesehen habe du malst du hast noch nie aufgehört du malst seit deiner früheren Kindheit und bis heute und du bist schon bekannte Künstlerin ehrlich gesagt wo ich deine Bilder gesehen habe da erkennt man einen Stil da erkennt man eine Handschrift ich meine bei meinen Bildern erkennst du sie nicht das ist alles so wie copy and paste was ich machen kann ich kann sehr gut kopieren 1a von dem Bild ok wenn ich von Art Night ein Bild bekomme dann sage ich okay kann ich in 15 Minuten nachmachen gar kein Thema aber meine eigenen Bilder kann man glaube ich noch nicht so gut erkennen also ich kann gut Porträts malen zeichnen ich kann sehr gut kopieren aber ein Stil habe ich nicht und dabei bin ich auch ewig dabei naja anderes das ist ein ganz 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 großes Kompliment für mich und das freut mich doch immer wohl siehst du du musst da dran bleiben du musst wirklich gucken dass du vielleicht irgendwann mal den Sprung in die richtige Künstlerkarriere machst naja Sprungbrett hast du ja schon Art Night genau ich habe jetzt schon ein paar Freunden also Freunden auf Instagram Anfragen bekommen weil die meine Manga also meine Manga Art gesehen haben und die oft ganz toll finden ob ich die nie verkaufe und deswegen bin ich derzeit halt noch am überlegen ob ich mir davon Prints anfertigen lasse und die dann sozusagen an Leute verkaufe aber da bin ich auch noch so ein bisschen unsicher ehrlich gesagt ich bin jetzt gerade mal überrascht dass du das noch nicht machst zum einen zum anderen was das anbetrifft gibt es ja noch diese Etsy-Geschichte also Etsy-Plattform vielleicht hast du gehört da geht es ja es gibt einige Künstler die das machen die ihre Prints dort verkaufen läuft ganz gut also kann ich dir nur raten das geht ja nicht einmal darum dass du dein Budget aufbesserst oder so das geht einfach nur darum dass du deinen Fuß fasst und dass du deine Bekanntschaft Bekanntheitskreis erweiterst immer weiter aber bei den Werten die du machst sollte man das auf jeden Fall erwägen das wirklich an die Leute zu bringen also jetzt gerade bin ich halt dann bloß erstmal am suchen wo ich mir meine Prints anfertigen lasse und ja da haubert es jetzt gerade ein bisschen und dann halt Preise finden und so und erstmal schon ein Repertoire machen und genau ja vielleicht kannst du auch dir ein paar Tipps von unseren Künstlern holen mal so in die Runde fragen wer das schon macht weil ich weiß dass einige von der Art Night dass auch die ihre eigenen Sachen zeichnen und malen dass sie das durchaus machen ich habe zum Beispiel am Montag mit einer Künstlerin gesprochen mit Roxy wir hatten ein Art Talk gehabt das leider ich bin so untröstlich diesbezüglich ist es nicht abgespeichert worden ich habe mich so geärgert weil das ist so eine tolle Art Talk gewesen und das ist leider verschwunden und die macht ja auch Drucker schau bei ihr vorbei sie heißt artlab.rocks also kann ich dir gerne per WhatsApp dann schicken dann kannst du dir ihre Sachen anschauen und vielleicht kannst du sie ansprechen und fragen wie sie das mit den Drucken macht auf jeden Fall einige ich kenne schon einige Leute ich weiß selber leider nicht wie man Drucker macht bis jetzt habe ich selber noch nichts gehabt was ich drucken lassen kann ja gut aber sonst du hast tolle Sachen warum nicht weil du kannst ein bisschen was damit verdienen und dann kannst du auch noch bekannt werden dabei das wäre doch klasse ich wundere mich weil ich habe deine Sachen gesehen dachte ich mir okay das ist eine Künstlerin die seit Jahren arbeitet an ihrem Stil alles klar und jetzt kann sie uns beibringen wie das geht und nee ich mache es gerade mal neu ich habe gerade angefangen und habe schon alles dir fällt ja alles in den Schoßen wir sind das für mich passt ja aber ich muss also ich sage immer so was sowas betrifft man muss schon ein gewisses Grundtalent haben da in der Richtung vieles kann man lernen aber nie alles aber jetzt eine Frage die nicht auf der Liste steht jetzt eine Überraschungsfrage wie findet man eigenen Stil bitte das weiß ich selber nicht denn ich wusste bevor es mir andere gesagt haben nicht dass ich einen eigenen Stil habe ich kann immer meine Bilder sehen anderen ähnlich also ich habe sowieso immer Vorlagen für meine Bilder und tue die meistens entweder fast eins zu eins auch abzeichnen oder nachzeichnen und tue die dann halt bloß wenn ich sie koloriere komplett anders kolorieren weil ich weil ich ein ganz anderes Farbspektrum haben möchte als das dort jetzt zum Beispiel gegeben ist wenn dort die Farben halt jetzt hart sind will ich es dann doch ein bisschen kräftiger ausgearbeitet haben und ja ist dann halt man zeichnet auch viel nach halt also der Beginn ist sowieso immer das Nachmalen nachzeichnen und da finde ich halt auch das Atmen da halt super reinpasst weil man halt ein Motiv hat das alle haben und jede und wir man das gemeinsam dann halt Schritt für Schritt aufbaut und entwickelt also ein Einstieg ist es auf jeden Fall in jede Künstlerkarriere na gut dann gehen wir mal ein bisschen weiter erzähl mal was ist für dich Kreativität also ich habe bei Upmates zum Beispiel selber und meinem Profil habe ich den das ach Gott ich war lange nicht mehr auf meinem Profil ich merke es gerade dass Kunst wie die Galaxie ist und und unendlich und chaotisch und manchmal ein ganz schwarzes Loch weil einfach Kunst und Kreativität ist halt für jeden was anderes und vermittelt auch für jeden was anderes genauso wie man immer gesagt gekriegt hat von Kunstlerern Kunst liegt immer im Auge des Betrachters das heißt nur weil es dem einen gefällt gefällt es dem anderen wiederum nicht und ich bin zum Beispiel auch ein sehr selbstkritischer Mensch aber auch extrem kreativ ich habe zu meinem großen Sohn damals die Wand selber gestaltet mit Planeten und einer Rakete und jetzt gerade hat er auch eine Galaxie an seiner Wand und das sind halt so Sachen muss ich immer sagen klar man lebt irgendwo in gewissem Maße Kreativität aus aber jetzt so intensiv wie ich es jetzt gerade wieder mache habe ich es halt zehn Jahre lang nicht gemacht und das merke ich halt jetzt und hole das auch ganz ganz viel auch nach und auf ich weiß auch gar nicht wie viel angefangene Bilder ich hier zuhause liegen habe weil ich einfach in dem Moment okay ich will das jetzt zeichnen und das angefangen habe und jetzt liegt das halt da und jetzt warten die meisten Sachen nur noch darauf dass ich sie farblich gestalte ja und Kreativität ist halt finde ich eigentlich sehr wichtig vor allem für jeden Menschen ohne Kreativität finde ich halt dass das Leben recht eintönig, öde und langweilig sein kann weil halt irgendwie irgendwas fehlt und wenn ich unsere Gesellschaft heute sehe mit den ganzen Mädchen und alles fehlt es an Kreativität ja da kann ich auch noch ein bisschen was dazu sagen sage ich auch immer bei den anderen Kreativität und ohne Kreativität das ist wir leben und überleben ich habe mal so eine Diskussion mit einer Freundin gehabt wozu ist eigentlich Kunst da wir können eigentlich auch ohne Kunst leben und dann sind wir auf den Gedanken gekommen wir können ohne Kunst nur überleben ja fürs Überleben brauchen wir gar nicht so viel Luft, Wasser, Essen das war's das reicht fürs Überleben jetzt in den Zeiten von Corona ist das ganz besonders klar geworden fürs Überleben reicht das aber zum Leben brauchst du alles was wir da haben weil Leben bedeutet diese ganze Fülle von diesen ganzen Farben, von diesen ganzen Bildern von Aktivitäten, von allen möglichen und da ist Kunst ein sehr großes Teil davon weil egal wo du hingehst das ist Kunst Kreativität ohne Kreativität und ohne Kunst kannst du fast gar nichts machen nicht mal Sport ist unkreativ weil wenn man überlegt was man mit Tanz zum Beispiel ausdrucken kann mit Singen das ist alles Kreativität und wir sind halt auf die Idee gekommen dass tatsächlich zum Überleben brauchen wir Kunst nicht aber zum Leben brauchen wir sie weil Kunst ist es ein reines Überleben und Überleben ist nicht besonders schön Überleben ist es wirklich am Rande so gerade mal so ein Unwahrheit genau um praktisch so ein Kommaprozenten am Leben zu erhalten also so würde das von der Kunst aussehen ohne Kreativität also das war ein Gedanke war so ein Gespräch ich sehe es aber auch genauso Jana, was machst du du? ich war gerade kattet kattet, 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 kattet was für große Augen wie süß total kattet oh ja du musst gerade geurmittelt werden ja das kann ich verstehen ja das verstehe ich ich habe zwei kleine Hühnchen zu Hause also die streicheln, die kommen dann auch, streicheln mich kümmere dich um mich ja so du tust das nie du tust das nie du tust das nie streicheln mich jetzt ja meine sind auch sehr fordernd und sie schnarchen sehr laut ganz besonders dann, wenn ich mit jemandem spreche welche Kunstrichtung bewunderst du denn? also ich vermute mal Manga zum Teil also ganz ehrlich zum Teil und ich weiß noch, dass ich als Teenager total gerne mit meiner Oma in die Galerie der alten Meistern im Zwinger gegangen bin und das ist jetzt zum Beispiel was, was ich jetzt auch gerne nochmal machen würde weil ich mir die Bilder immer gerne angeguckt habe diese riesengroßen Ölmalereien und man denkt so wow, wie lange haben die daran gesessen? und das ist ja manchmal, dass es solche riesengroßen Schinken sind und das ist was, was mich schon immer fasziniert hat und wo ich auch auch wenn ich das Bild jetzt, sag ich mal schon hundertmal gesehen habe die ich trotzdem immer wieder vor diese Sixtinchen Madonna stellen kann und sage boah und ja, das ist halt wirklich was, wo ich sage da habe ich vollstes Respekt und ja, ich empfehle das auch so beim Erklären jetzt die Worte um das auszurücken, wie fasziniert ich davon dann halt eigentlich bin und das ist halt wirklich nur die Ausstellung der alten Meistern und die neueren Sachen sind das zum Beispiel nie, weil ich halt finde bei den alten Meistern ist halt viel mehr Detailliebe drin gewesen und vor allem, wenn man überlegt, wenn man die Farben von heute mit früher vergleicht das war ja ein himmelweiter Unterschied, was die Fallen geht auch gebracht und deswegen ist da mein Respekt halt auch noch mal tausendmal größer als zu heute glaube ich dir, also das ist ja diese die Seele ist drin, also die Seele von dem Künstler ist drin in diesem Kunstwerk und das ist das, was du spürst meistens auch so ein Gespräch mit mir und einer Freundin von mir, mit der wir zurzeit sehr viel über Kunst reden sie sagt, ich kann mein Bild nicht wegschmeißen also zum Beispiel, wenn ich irgendwas gemalt habe, das tut mir weh oder wenn ich ein Kleid genäht habe, warum ist das so? weil du nicht nur deine Arbeit und deine Zeit und deine Kraft rein investiert hast sondern auch ein Stück deiner Seele ist da drin es ist praktisch und umso mehr du da rein investierst zum Beispiel, wenn du ein großes Projekt machst, so wie du sagst, ein großes Bild stell dir vor, wie viel seine Energie da drin steckt und das ist das, was zurückstrahlt das ist das, was wir spüren dann, wenn wir dieses Bild betrachten und bei der modernen Malerei, da kommt der Künstler, hat schlechte Gedanken oder schlechte Energien gerade mal, schmeißt du die Farbe drauf, sagt, es ist fertig spürst du da gerade mit irgendwelchen Filtern? ja, es hat mir jetzt gerade was angezeigt, da haben die so, hä, was ist das? ich denke, habe ich gerade was gesehen oder nicht? probier ruhig Deutsch, also gar kein Thema es hat mich gerade so, hä, hä, war alles okay bei mir? ne, kannst du ruhig spielen nur, hat mich gerade ein bisschen verwirrt, alles gut ja, deswegen bei manchen Kunstwerken stehst du davon, du hast dieses Gefühl von Liebe, diese Empfindungen aber der Künstler hat es dabei halt auch empfunden, als er das da reingelegt hat es gibt Bilder, vor denen du stehst und du hast das Gefühl, dass du Brechreiz bekommst oder sonst irgendwas und ganz ehrlich, ich gehe mal davon aus, schwer, dass dieses Bild auch in irgendeinem bestimmten Zustand von einem Künstler gemalt worden ist, der nicht besonders gut war, nicht besonders positiv das ist tatsächlich so, das kann man spüren und viele dieser psychodellische Bilder vor allem, diese ganz verrückte, die unter Drogen gemalt werden ne, viele Künstler oder einige Künstler sagen mir so, nicht viele, um Gottes Willen nicht, dass jeder jetzt denkt, dass wir Künstler uns ständig die Birne zuhauen ne, also die Künstler, um manche Bilder zu zeichnen, haben tatsächlich Sachen verwendet, ja es gibt sogar sehr viele bekannte Künstler, die sich auch dazu bekannt haben im Endeffekt, dass sie unter irgendwelchen Drogen standen, um diese Bilder zu malen wenn du versuchst, dieses Bild zu betrachten, dann hast du auch diese Empfindung Ja, du weißt, was ich wirklich meine, also diese ganz verrückte aber das ist nur, also wenn man irgendwelche Bilder, zum Beispiel es gab mal Zeit lang, dass man Ui! Das wird der süßeste süßeste also das ist schon fast unfair, denn andere erst eine Katze, dann ein Baby Ja, ich habe jetzt auch vor kurzem eine Bücherbestellung vorgestellt und da kam auch mein Sohn immer von der Seite und der andere von dahin und dann habe ich auch mit meinem Kind gerät und dann dachte ich immer so, ja, das kann ich so lustig machen Ne, aber sowas darf ja passieren ist ja halt live, ne, also es wird ja dann auch so in einem YouTuber erscheinen, also ich werde da nicht zu viel rumschneiden Na gut, wo bist du denn stehen geblieben? Haben wir jetzt gesprochen, du magst ja mehr so die klassische Kunst Klassik, klassische Künstler Wo holst du dir deine Inspiration? Ja, jetzt in der heutigen Zeit ist es viel, viel einfacher, sich da Inspiration zu holen und früher war das halt schwerer, also ich werde jetzt auch schon nächstes Jahr 30, deswegen kann ich wirklich auch sagen, ja So alt, so alt, also ganz ehrlich, ich darf gar nicht sagen, wie alt ich bin Ich sag nur eins, da oben ist ein Filter Wow Ne, das ist halt echt Pinterest, also Pinterest ist wirklich das, wo ich mir die meisten Ideen hole Meistens habe ich auch, wenn es funktioniert, wenn ich gerade was koloriere oder zeichne, habe ich meistens im Bild auf meinem Handy dastehen und habe das auch liegen oder ich habe es mir ausgedruckt, weil ich halt wirklich brauche, wo die Proportionen sind und da zeige ich mir dann auch halt auf dem Bild, was ich ausgedruckt habe, auf den kleinen meistens an, wo die Proportionen sind, wie ist das Bild aufgeteilt, muss ich einen Rand ziehen oder muss ich den Rand ziehen oder geht das, wenn ich das dann vergrößere? Ja, das sind dann halt so Sachen, wo ich halt immer mit so Ausdrucken dann auch arbeite und ja, also für viele Bilder, die ich dir vorhin auch gezeigt habe, mit den Akrotellen, hatte ich auch immer Vorlagen, aber die sind halt nie so geworden, nie so warm, sondern halt Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank, dass sie anders geworden sind, weil sie sind jetzt perfekt, würde ich mal sagen Ja, das sind halt immer so Inspirationen, weil ich sage, hier gefällt mir zum Beispiel die Farbe und dort drüben gefällt mir zum Beispiel, wie die Landschaft ausgebaut ist. Also ich habe auch schon viel gesagt, ich nehme manchmal zwei, drei Bilder und würde die in eins setzen, weil mir halt dort das eine gefällt, dort das andere und dann wieder dort was anderes. Und das ist dann halt auch wieder diese Kreativität, drei Bilder in eins zu setzen oder bestimmte Teile aus den Bildern in eins zu setzen. Super, finde ich total klasse. Also das ist ja ein guter Tipp für die Leute, die uns zugucken werden, die uns zuschauen. Einfach mal, wenn dich irgendein Stückchen inspiriert in irgendeinem Bild, behalte dieses Bild im Auge und such dir andere Bilder, also such dir die Bilder, die dich interessieren und setze das in ein neues Bild zusammen. Das ist kreativ, das ist eine super tolle Sache. Ich habe jetzt auch etwas Neues, auch etwas Ähnliches. Und zwar, ich habe ja immer mein Handy dabei, wenn ich irgendwo bin unterwegs. Und wenn ich irgendwas sehe, mache ich ein Foto davon. Und so sammle ich mir jetzt eine Kollektion, meine eigene Kollektion. Ich mache mir dann irgendwo einen Ordner. Ich werde mir sogar eine extra Festplatte holen, nur für diese Bilder. Das bedeutet nur für das, für diese irgendwelche kleinen Ausschnitte. Ob das jetzt ein Muster ist irgendwo von der Straße, habe ich letztens irgendwas Witziges gesehen. Dann dachte ich mir, mein Gott, das passt zu meinem, ich mache hier Art, Zen-Grafik-Kurs. Und dann habe ich Boden gesehen. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt noch so schnell finde. Dann habe ich mir gedacht, dieser Boden passt perfekt zu Zen-Grafik. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Ja, das sind hier wie Bienenwaben. Genau. Das ist Boden. Und das habe ich auf dem Boden dann gesehen und dachte mir, mein Gott, das passt doch perfekt dazu. Und das nehme ich. Ansonsten fotografiere ich alle möglichen Sachen. Wie zum Beispiel hier sind eigentlich lauter Pflanzen, die ich gefunden habe draußen. Beim einen Spaziergang, zurzeit haben wir so viele Blumen da draußen im Feld. Das ist unglaublich. Ich habe noch nie in einem Frühling so viele Blümchen gesehen. Also alles mögliche, in allen möglichen Farben. Also mache ich mir so kleine Ausschnitte von diesen Blumen, ja, so wie ich sie haben möchte. Und später, wenn ich dann einfach nur diese Inspiration mir mal anschaue, all diese Sachen, die mich in dem Moment fasziniert haben, dann kann man durchaus ein Bild daraus machen. Und sagen, hier, da ein Blümchen davon, da ein bisschen den Boden davon, da irgendein Musterchen davon, da ein Käfer. Also sowas fotografiere ich zurzeit und sammle das für mich auf eine, ja, eine extra Festplatte dafür sogar. Da brauche ich wirklich sehr viel Platz, weil ich finde sehr viele faszinierende Sachen draußen. Ja, ich habe auch eine Freundin, die fotografiert auch sehr gerne. Und wenn sie bei WhatsApp halt dann immer ihre Bilder zeigt, was sie fotografiert hat, kommt von mir immer bloß ein Kommentar, oh, das ist schön. Und dann später kriege ich das bearbeitete Bild zugeschickt. Und da habe ich dann hier auch schon zu Hause einige Bilder ausgedruckt hängen. Und das sind dann auch Inspirationen vom Farbverlauf, vom Himmel und so, mit denen ich dann halt arbeite und mir dann sozusagen auch Bilder erstelle. Klasse. Ja, schön, siehst du? Ja. Gut, also wir haben ja jetzt zu deinen kurzen paar Sachen gesagt. Das ist einmal diese Aquarelle. Meistens ist das Aquarell. Habe ich richtig verstanden. Keine Acryl oder auch Acrylfarben sind dabei. Weil Acryl lässt sich ja auch nicht. Also nein, es ist eigentlich nur Aquarell. Also es ist immer nur auf dem Papier Aquarell. Und maximal die Sterne mache ich mit Acryl, weil ich mir die wirklich intensiv haben möchte und die dann auch am besten aufhalten kann. Okay. Hast du auch Boska-Stifte eventuell für deine kleine Arbeiten? Boska-Stifte, sagen Sie was? Ne, sagt mir jetzt gerade nichts. Aber für meine Manga-Art habe ich meine speziellen Stifte schon. Okay. Wenn du mich daran erinnerst, dann schicke ich dir ein Foto, was du durchaus verwenden kannst, weil diese Boska-Stifte, die habe ich mir gekauft. Mit so einer spitzenden Stift. Also das sind Aquarell-Stifte. Das sind wirklich Stifte, die Aquarellfarbe drin haben. Und du kannst sehr schöne punktuelle Zeichnungen machen. Zum Beispiel für Sterne. Weil ich benutze das ja auch für meine Zen-Grafik. Und die sind echt top. Also die kannst du wirklich ganz gut dann obendrauf irgendwo zeichnen. Und die sind besser als Geldstifte. Weil weißes Geldstift zu finden, was später auf einem Aquarell malt. Also bis jetzt. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit bei mir. Aber mit diesen Boska-Stiften kriegst du das ganz gut hin. Schicke ich dir, wenn du mich daran erinnerst. Wenn du selber daran denkst. Sehr gerne. Egal, welche Fragen du noch hast. Lass du einfach mal später ganz mehr auch noch schicken. Was sind noch so alles deine Sonstrichtungen? Manga? Aquarelle? Ja, also hauptsächlich halt wirklich Manga und Aquarelle. Und dann halt bloß die Art Nights, die Acrylbilder, die wir machen. Und die ich auch mit meinem Sohn in der Corona-Zeit zu Hause gemacht habe. Weil nur Deutsch und Mathe ist halt irgendwann öde. Und ja. Handlettering mache ich manchmal. Aber auch wirklich nur ganz selten. Weil da bin ich absolut null gut drin. Und ja. Sonst halt. Tue ich halt durch meine Ausbildung. Token für zu Hause oder für Familie. Gerne mal machen. Und lebe mich da dann auch noch ein bisschen kreativ aus. Aber das halt nur noch privat. Und für Freunde. Okay. Schön. Da wäre noch die Frage, wie du zur Art Night gekommen bist. Du hast ja gesagt, du hast ja letztes Jahr schon kennengelernt im Sommer. Richtig? Genau. Über einen Bekannten oder wie war das nochmal? Wie bist du da rein? Über Facebook. Und dann hat man halt die Werbung angeklickt. Und dann hat man mal gucken. Oh ja, das Gründerzimmer. Da kannst du, kannst du Kind frei. Und da waren halt auch kunstinteressierte Leute. Man könnte ja mal wieder mit Malen anfangen. Und ja, so hat sich das dann halt ergeben. Dann hatte ich meinen ersten Kurs gebucht. Und darauf schäuften dann noch ein paar andere. Genau. Sag bloß, du hast die Tänzerin als erstes gemalt. Nein. Okay. Dann habe ich das vor kurzem gefunden. Meinst du jetzt eher, ich selber als Teilnehmer? Als Einsteiger muss ich. Ach so, als Einsteiger. Nein, das war die Glitzernacht. Glitzernacht, okay. Ich weiß jetzt nicht, was die Glitzernacht. Oh, Wahnsinn. Cool. Ja. Nee, cool. Also echt klasse. Sieht total cool aus. Ich weiß auch, warum ich dieses Motiv noch nicht gemalt habe. Ich kann nämlich diese Verläufe, die du machst, ich kann sie überhaupt nicht machen. Für mich ist es ein Ding. Das kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich habe es ein paar Mal versucht. Na gut, hier bei dem. Ui. Na, komm mal hier. Ui. Bei dem hier. Habe ich das gerade noch so hingekriegt. Aber ich muss sagen, für mich ist das schwierig. Also ich frage mich echt, wie du das mit den Farben hinkriegst, dass das so schön fleckig ineinander verlaufen, aber auch nicht so unkontrolliert und irgendwie nicht ein Brei daraus entsteht. Also bei mir ist es immer so ein bisschen breiig. Also dort ist es halt wirklich, wir arbeiten ja bei Outline mit dieser Nass-in-Nass-Technik. Und da ist es halt wirklich so, dass das auch nicht immer ganz so funktioniert, wie ich will. Und dort war es halt, dass ich von außen angefangen habe. Dann habe ich das Weiß gesetzt und dann habe ich es halt Blau und Grün verwendet. Ich habe ja auch diesen Baum beim Mondschein. Ach, ich komme gerade auf den Namen nicht. Habe ich auch. Und da habe ich auch, im Gegensatz zum Künstler, der das angeleitet hat, habe ich auch ein bisschen anders gearbeitet und habe halt wirklich immer schrittweise die Farbe auf den Pinsel genommen. Also wenn ich jetzt Blau habe, habe ich auf der einen Hälfte die, ich zeige es mal so, auf der einen Hälfte hätte ich dann sozusagen erstmal komplett das Blau. Dann habe ich das sozusagen ein bisschen abgetragen. Dann habe ich halt hier noch ein bisschen von dem hellen Blau, dann das dunkel Blau und dann immer heismäßig und dann immer erst die ganze nächste Farbe halt abgetragen. Ist halt jetzt gerade böse erklärt, weil man es nicht zeigen kann. Ja, gar nicht so einfach. Also wir machen folgendes. Wir machen mit dir Updruck 2 auf jeden Fall. Ich habe ein paar Künstlerinnen, die schon gesagt haben, wir machen einfach Updruck 2. Und in diesem werden wir dann ein paar Techniken zeigen. Und wir würden uns super freuen, wenn du uns deine Technik verrätst, wenn man so ein perfektes Himmel zeichnet mit solchen schönen Galaxie-Effekten. Das wäre klasse. Wenn du sowas machen würdest, wäre echt cool. Also ich denke, ich wäre nicht die Einzige, die sich darauf freuen würde. Also ja, das kann ich sehr gerne machen. Das würde mich sogar freuen. Cool. Dann schreib es mir auf. Wir können ja mit dir auch noch so den Teil 3 machen. Und dann zeigst du uns ein paar Manga-Bilder. Wenn du Lust hast. Ja, das ist dann, Live-Zeichnen ist da echt schwierig, weil ich zum Beispiel bei denen echt extrem lange manchmal brauche, um sich zu zeichnen, weil ich zigtausend Pro-Skizze manchmal habe. Und dann habe ich so ein Lichtpad, wo ich mir dann sozusagen meine fertigen Skizze drauflege und dann das Papier, was ich verwende und dann tue ich das abzeichnen. Habe ich auch. Also ich habe deswegen meine, ich habe ja Modedesign studiert früher und da habe ich mir so einen Kasten bauen lassen, mit Plexiglasscheibe und innen drin ist so ein Licht. Alle haben mich darum beneidet, weil da konntest du wirklich eine Vorlage hinlegen und dann einfach mal sauber abzeichnen. Weil du musstest saubere Zeichnungen abgeben, aber du kennst ja selber als Künstler, malst du eine Linie 50 Mal, bis die so sitzt, wie du sie haben willst. Befindungssache. Und dann musst du das Blatt aber trotzdem sauber abgeben. Das ist fast unmöglich. Ja, dann hat man das früher irgendwo an die Fenster gehalten und dann abgekauft. Ja, aber Studenten arbeiten mitten in der Nacht. Glaub mir. Ja, bei uns halt den ganzen Tag sitzt du in der Uni und deine Hausaufgaben machst du nachts und dann mit so Augenrandern kommst du am nächsten Tag wieder. Ich habe tatsächlich sehr viel Zeit nachts gemalt, weil das war halt so ein Studium, das war ziemlich schwierig. Aber es war super. Es war eine super Zeit. Ja, cool. Gehen wir doch mal weiter. Was können die Zuschauer? Leute noch zugucken, bei dir lernen. Auf deinem Account oder generell bei dir? Also in erster Linie ArtNight. Natürlich. Man kann deine ArtNight-Kurse buchen. Demnächst auch wieder. Was kann man noch bei dir lernen? Also ich hoffe echt, dass meine ArtNight-Kurse bald wieder stattfinden können und ich die geben kann. Und ja, was können andere noch werden? Ich wollte jetzt bald damit anfangen, Videos zu machen, wie ich jetzt manche Bilder koloriere. Und bin da dann halt noch am überlegen, wie ich das mache, um den Anfang mal zu zeigen, wie ich das mache und wie das bei mir schrittweise abläuft. Und ja, was ich so mache, gebe ich halt, wie gesagt, nur die ArtNight-Kurse. Und das andere ist, wo ich sage, eher mehr mein Hobby, als dass man da wirklich was von lernen kann. Genau. Du stehst dich noch zu sehr unter Schöpfel, finde ich. Aber okay, ich denke schon, dass du irgendwann mal, ich möchte jetzt nicht reinreden, schmeiß deinen Job und fang an, nur noch zu malen. Du kommst schon irgendwann mal dahin, denke ich. Weil du bist schon auf dem richtigen Weg. Du hast schon, wie gesagt, deinen eigenen Stil und das ist total cool. Glaub mir, viele Künstler werden dich darum beneiden, vor allem, dass du das so still gefunden hast, ohne dass du zehn Jahre irgendwo studiert hast, wie manche von uns. Ja. Ja, wirst du schon finden. Und ich denke mal, man wird bei dir auch noch lernen. Also ich wäre dabei sofort, wenn du diese Galaxie-Effekte mal erklärst, wäre ich sofort dabei. Also das würde mich total interessieren, wie man das macht. Also wenn da wirklich viele Interesse daran haben, kann ich da wirklich mal gucken, dass ich da ein Aquarell-Motiv machen kann. Also da würde ich eher wirklich über das Aquarell gehen, weil da halt die besten Effekte entstehen können. und würde da dann hingehend halt auch ein Video machen. Ich muss halt bloß erstmal wirklich ein Stativ, das Handy finden, was von oben halt filmt. Ich hatte, da kann ich dir einen Tipp geben, wenn du mich da drauf ansprichst, mache ich dir ein Foto von meinem Stativ. Der macht alles und der hat wirklich dafür, dass er so geil ist, nichts gekostet. Ich habe es für 17 Euro gekriegt bei Mediamarkt. Und er zeigt dir in alle Richtungen, wie du willst, dreht sich in alle Richtungen um. Du kannst eine Höhe kürzer stellen. Total cool. Erinnere mich daran, ich mache dir, wobei ich kann dir vielleicht gleich ein Foto davon machen, dass du einfach mal... Hey, da sind wir beide. Im Hintergrund sind meine schnarchende Hunde. Ich habe es dir geschickt. Das ist, wie gesagt, kannst du in vier, fünf verschiedene Höhen machen. Du kannst es umdrehen, sodass es nach unten zeigt. Du kannst es so machen. Du kannst es gerade zeigen lassen. Das ist total ein geiles Ding. Wenn du dir so ein Ding mal holen kannst bei Mediamarkt, würde ich dir sehr empfehlen. Ja, das habe ich sowieso jetzt mit einem neuen Monat nämlich vor. Dann können wir mal so eine Art Talk 2 machen und dann machen wir wirklich so ein schönes Workshop. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber da sprechen wir nochmal drüber, wie wir das machen. Wo kann man deine Kunstwerke besichtigen? Also jetzt hast du einen Instagram-Account, hast du einen eigenen Shop oder Webseite oder sonst irgendwas? Nein, das habe ich nicht, weil mein Instagram-Account ist auch, glaube ich, erst Ende Februar oder März. Anfang März ins Leben gerufen worden. Und ich zeige halt hier hauptsächlich meine künstlerischen Sachen, aber auch halt jetzt mein Zweifobby, was ja halt die Mangas lesen sind. Und so tue ich da halt auch vieles schreiben oder machen. Aber hauptsächlich ist es halt wirklich eher so, dass ich halt meinen künstlerischen Bereich da halt mit mir habe. Und sonst habe ich halt Pinterest plus meine Seite, meine Seite, mein Pin, wo man die ganzen Bilder von mir findet auch. Ich kenne mich mit Pinterest nicht richtig aus. Ich weiß aber nur, dass das ein sehr gutes Werkzeug ist und dass man da durchaus, wenn man sich auskennt, kann man da ganz gut sich, ja, man kann sogar da verkaufen. Das weiß ich, also das kann man, man kann dort einen Shop anlegen, aber da muss man auch lernen. So kann ich nicht sagen, wie das funktioniert. Alles in die Medialku. Okay, also erst mal nur Instagram. Genau. Ich schreibe mir kurz was auf. Als Idee. Was würdest du unseren Zuschauern empfehlen, wenn es um Kunst geht? Wenn man sich künstlerisch ausdrucken möchte oder wenn man überhaupt ins Malen einsteigen möchte, vielleicht auch ins Manga oder Aquarellzeichnung, was würdest du denen empfehlen? Wo soll man anfangen? Also was ich gelernt habe, ist, dass man wirklich am Anfang in Material investieren muss. Denn ganz, ganz viel hängt vom Papier und der Qualität der Farben und der Stifte genauso wie von den Pinseln ab. Also von den Pinseln gibt es wirklich auch eine Mittelqualität, die nicht ganz so teuer ist, wo man aber auch richtig viel Schönes erreicht. Aber halt wirklich das Ausschlaggebende, finde ich für mich selber, ist Papier und halt die Farben. Was für Papier verwendest du? Gibt es da irgendwas Bestimmtes? Genau, also von Aquarellpapier benutze ich oder allgemein benutze ich sehr viel von Hahnemühle. Weil die viele verschiedene Antisen, die haben auch solche Mixpakete, wo sie halt mehrere Seiten von ihren Papieren drin hat, wo man sozusagen gucken kann, welches passt für das, was ich mache, halt am besten. Das hatte ich mir zum Beispiel auch schon geholt, weil ich halt mir nie einen ganzen Block kaufen wollte, weil die halt ja auch schon teuer sind. Und da kann man halt am besten testen, was passt da von den Stärken, von der Struktur her am besten zu mir, weil die haben ja auch immer unterschiedliche Grammzahlen, 300, 400, 400. Und es gibt ja auch für verschiedene Arten. Jetzt bei Aquarell gibt es zum Beispiel auch so ein Mixed-Media-Papier, da kann man halt mit Aquarell draufmalen, Acryl aber auch und es ist auch für Zeichnungen geeignet. Das habe ich jetzt zum Beispiel verwendet und das nutze ich von Luma-Paper zum Beispiel. Da habe ich jetzt auch immer mein Markerpapier für meine Manga-Art herbekommen, weil ich dort halt sehr viel mit Markern arbeite. Das sind ja halt diese Stifte von Copic, von Spektra, von Touch. Aber Castell geht jetzt auch in die Richtung mit rein, aber da finde ich persönlich zum Beispiel die Stifte nicht ganz so super. Aber halt für Anfänger sind sie schon geeignet. Wenn man halt dann wirklich richtig in die Richtung geht, ist es halt dann doch wichtiger, mehr auch Qualität zu setzen. Und da gibt es halt die Preisklasse Copic oder die Preisklasse Spektra. Copic, da kosten halt welche zwischen 6 und 8 Euro für Stift und bei Spektra ist man halt bei unter 4 Euro mit dabei. Und die haben auch eine sehr gute Qualität und haben auch genauso eine große Farbauswahl. Und ja, ich habe es halt auch gemacht, wo ich gerne angefangen habe, dass ich mir über so ein Set mit diesen Markern bestellt habe. Das sind aber wirklich die billigsten vom billigsten. Und das merkt man halt auch schon an der Qualität. Das ist wie mit diesen Brush Pens, wenn man hinten diese dünne Seite hat, die nicht stabil ist, und immer diese Pinselseite. Und das ist halt bei diesen Markern halt auch. Da hat man halt aber eher so eine Textmarkerseite und halt diese Pinselseite. Und da merkt man halt auch, was dann halt der qualitativ Unterschied ist, weil mit denen kann man viel, viel feiner ausmalen. Und ja, man kann halt mit denen auch sehr schöne Übergänge machen. Und das haben wir zum Beispiel hier bei dem Ball. Da haben wir mit drei verschiedenen Farben gearbeitet. Auch bei dem Schwarz, da sind insgesamt sechs Farben enthalten. Und das ist halt, von Weitem fällt das gar nicht auf. Und von Nahen sieht man das dann halt wirklich mal, dass hier ganz, ganz viele Farben drin sind. Und das sind halt wirklich ganz viele von ganz, ganz hellgrau zu Schwarz-Undänen. Ich kenne diese Stifte ganz gut, weil wir die auch im Designstudium gebraucht haben. Genauso das gleiche Problem. Als Student kannst du dir kaum von diesen 8-Euro-Markern eine Palette kaufen. Also hast du immer so zwei, drei Stifte gekauft, die du gerade gebraucht hast. Und da gab es ja diese billige Variante. Ich weiß es nicht. Also die drei, vier Euro gekostet haben, das Stück. Dann haben wir die gekauft. Und jetzt verrate ich einen Tipp. Das darfst du nicht weiter verraten. Wir haben diese billige Stifte gekauft. Sagst es nicht weiter. Und dann haben wir Nachfüll-Sets gekauft von diesen Copic. Diese teuren Nachfüll-Sets. Also es gibt ja diese in Flaschen. Und wenn die billige ziemlich schnell ausgetrocknet sind, haben wir mit der ähnlichen Farbe von der Copic, musst du halt von den Farben gucken, dass das passt, nachgefüllt. Und dann hast du praktisch schon fast ein Copic gehabt. Aber das mit der Pinselspitze, das ist natürlich so eine Sache. Wenn die dann nicht mehr funktioniert, weil es hier ausgeflaust ist, dann hat man halt natürlich das Problem. Aber mittlerweile gibt es ja so viele verschiedene Marken, die auch diese Pinselspitze anbieten. Das kann man durchaus... Ja, und heute gibt es ja auch sogar für diese Pinselspitzen, sogar Ersatzspitzen, wo man das sogar austauschen kann. Also das habe ich jetzt auch schon gesehen gehabt. Und das gibt es auch bei Spektrau und Co. Und das finde ich halt zum Beispiel jetzt total cool, dass wenn der Stift ja noch tippitoppi ist und man nur die Spitze austauschen müsste, dann funktioniert es halt trotzdem jetzt immer noch. und man kann sie weiter nutzen, weil sie halt wirklich auch teuer sind. Ja, und es ist umweltfreundlicher, als jedes Mal ein neues Stift zu kaufen. Auf jeden Fall. Cool. Ja, also auf jeden Fall gutes Papier und gute Stifte, damit die Ergebnisse auch gut werden. Das ist ganz wichtig, wenn man damit anfängt. Klar, zu Anfang macht man ja nicht direkt das allerbesteste Beste und davon 200.000 Stück. Aber wenn man zumindest ein gutes Album, guter, qualitativer Aquarellpapier sich holt, so ein Heft Papier oder ein paar Blätter von diesem Papier kann man auch holen und ein paar gute Stifte für den Anfang. Man braucht nicht die ganze Palette, aber so ein paar Stifte. Dann kann man auch schöne Sachen entstehen lassen. Ich habe allerdings gerade mal zum Manga noch eine Frage gehabt. Du hast ja eine Manga hochgehalten. Was ich mich immer gefragt habe, Leute, die diese Mangas zeichnen, kommen die von, wie soll ich sagen, schaust du dir irgendeinen Trickfilm an und dann machst du so einen Stopp und zeichnest du deine Manga oder guckst du irgendwie ein Bild an, zeichnest du sie ab oder ist das das, was dir selbst so in den Kopf kommt? Wie macht man das? Also bei dem Motiv ist es so, da hatte ich auch in meiner Story einmal gepostet gehabt, da habe ich echt eine Vorlage gehabt. Die war aber hier, nur bis hier und auch nur bis hier unten. Also da war wirklich hier so ein Großteil von dem Bild sozusagen abgeschnitten. Und ja, das heißt, ich habe das sozusagen nachgezeichnet und habe das dann noch ausgearbeitet und habe dann mir das halt bloß wirklich so als Vorlage gehabt. Um jetzt halt selber wieder reinzukommen, zeichne ich derzeit mehr nach und erstelle mir halt aus mehreren Bildern manchmal sogar ein Motiv. Das habe ich jetzt für einen Wettbewerb gemacht. Da habe ich jetzt das... Siehst du? Ja, das ist das fertige Bild. Das ist heute fertig geworden. Genau. Und das habe ich aus zwei Bildern zusammengestellt. und das ist doch am Hintergrund ist kompletten Aquarell und der Vordergrund ist halt ein gemarkertes, koloriertes Bild. Und ja, also das ist das, was ich jetzt gerade probiere, wie ich mit Aquarell in meinem Manga-Bereich arbeiten kann. Für mich war jetzt das schwierigste Teil hier daran, wirklich so die Hautfarbe hinzukriegen. Also die Farbe von menschlichen Personen, wie mache ich das? Es gibt ja keine direkte Hautfarbe und ich kann mir ja auch nicht direkt eine anmischen. Und ich habe mir da halt auch Tipps über Profile, die ich jetzt bei mir bei Instagram habe, auch geholt, die ich selber aufmalen. Und das hat mir so geholfen. Das ist halt so eine rechte, eingeschmeißte Community so ein bisschen. Und man hilft sich gegenseitig und erfreut sich dann auch daran, wenn dann halt was Supermäßiges rauskommt. Okay. Genau. Okay, dann wissen wir jetzt auch, wie diese Mangas entstehen, weil ich habe mich immer gefragt, mein Gott, malt man da vom Fernsehen ab, vom Trickfilm oder von diesen Zeitschritten? Es gibt ja Manga-Hefte, also ich habe sie schon mal gesehen, ob man da das abmalt oder ob man da tatsächlich selbst solche Sachen ausdenkt, weil ich stelle es mir recht schwierig vor. Ja, aber meistens sind es halt irgendwelche Sachen, die zum Beispiel in den Animes oder in den Mangas selber vorgekommen sind. Und ja, die man halt auch irgendwo gesehen hat. Ich gucke gerade, ob ich da irgendwas in der Richtung gerade zum Beispiel aktuell dabei habe. Nee, hat nichts aktuell dabei, was man sagen könnte. Das ist da so ein Schein. Ja, aber man kann halt auch ganz viel freihand zeichnen, aber meistens ist es halt so, dass man da wirklich irgendwie so, also zumindest ich in die Richtung eine gewisse Vorlage habe, aber das dann halt selber ausarbeitet, weil ich die in eine bestimmte Richtung einschlagen möchte oder dass man eine bestimmte Richtung haben soll. Oder man hat halt auch Zeichenbücher, das habe ich auch. Ich habe sechs oder sechs Stück oder so, fünf oder sechs Stück und die sind in verschiedenen Bereichen und manchmal ist es auch einfach, du hast im Buch rein über Mimik und Gestik und da kann man halt auch schon ganz viel manchmal lernen und halt üben. Du, ich musste auch das Handy wechseln, weil mein Ölbuch plötzlich leer war, obwohl ich komplett aufgeladen habe. Teil drei mit dir jetzt, also das ist der längste Uptalk, also siehst du mal, es ist sehr spannend und sehr interessant, was du zu erzählen hast. Noch eine Frage an dich, wo siehst du dich mit deiner Kunst in zehn Jahren? Also mein größter Wunsch wäre halt wirklich, dass ich mit meiner Kunst selber auch sozusagen ein bisschen in die Selbstständigkeit rutschen kann und damit halt auch Geld verdienen kann. Also sozusagen mit meinen Bildern, die ich male oder zeichne oder akzeptiere, dass ich die halt für andere sozusagen verkaufen, also mich selber verkaufen kann an andere und das wäre halt einfach für mich wirklich ein Wunsch oder ein ganz, ganz großes Glück für mich und dass ich halt auch weiterhin bei Upnight mit arbeiten kann und Kurse geben kann und besser und besser werde. Okay, das wünsche ich dir auf jeden Fall auch und deswegen rate ich dir ganz dringend, das mit einem Etsy zu überlegen, weil da wirst du für den Anfang sehr gut aufgehoben, aber ich denke, vielleicht kannst du auch in die Richtung mal Ausstellung oder so hinarbeiten, weil du hast ja schon eine Sammlung, du hast eine größere Sammlung als ich, obwohl ich mein Leben lang gerade in dem Bereich bin. Aber ich bin da viel zu versteift, denke ich mal, das Ergebnis, das muss immer so und so sein, deswegen funktioniert es bei mir nicht. Wünsche ich dir auf jeden Fall von ganzem Herzen, ich warte auf die Einladung, wenn es Aufstellung gibt, auch bitte zu jedem Kurs oder so, einen kleinen Reminder, so dass ich dann auch dabei bin, besonders wenn es mal online geht, also nach Bresden komme ich nicht so schnell, ich bin ja auch aus Wiesbaden, ein bisschen ein Stückchen bis zum Resten, aber ich bin öfters mal in der Gegend, muss ich schon sagen. Ich habe da früher in der Nähe gewohnt, in Mühlhausen. Nein, in der Nähe, aber näher. Deswegen waren wir dort mit dem Ausbild. Gut, wir haben noch etwas vorbereitet. Und zwar, es gibt eine Verlosung mit dir. Du hast was Schönes vorbereitet. Zeig mal kurz. Was gibt es schon? Und zwar habe ich das Motiv, also nicht direkt das Motiv, aber es ist die Art von dem Motiv, das heißt das Profil und in dem Profil halt eine Galaktie, wie man hier sehen kann. Und derjenige, der sozusagen bei der Verlosung gewinnt, darf sich die Farben aussuchen und ich tue halt für denjenigen oder diejenige wirklich ein 100% individuelles und einzigartiges Bild machen, was dann auch wirklich kein anderer hat. und ich dachte halt, das ist eine ganz schöne Idee von so einem Bild. Weil das gibt es hier ja auch nur ein einziges Mal. und hoffe halt, dass sich der oder diejenige dann darüber freut und man da was Schönes zusammen erzählen kann. Absolut. Also ich finde es total genial, ich finde es total cool, dass du das zur Verfügung stellst. Es ist was ganz Besonderes von dir, ein Stückchen deiner Seele sozusagen, was du mitgibst den Menschen. Und ich hoffe, dass die Teilnahme gut verläuft. Wir machen das in einem anderen Account von mir, dass ein paar Teilnehmer mehr normalerweise, aber wir werden das in allen Accounts zeigen. Die Verlosung fängt nächste Woche Mittwoch an, dauert dann eine Woche, der Gewinnspiel. Da kann man auf jeden Fall, jeder kann mitmachen, so oft wie man möchte. Also so sind die Bedienungen, so dass man da auf jeden Fall reinschreibt, dass man sich über dieses Bild freuen würde und wem man noch so alles dieses Bild empfehlen würde. Ich werde das auf jeden Fall noch mal in meinen Storys posten. Und ich habe mir gerade überlegt, es wäre schön, wenn du ein ganz kurzes Video machen könntest, was du mir per WhatsApp schickst, so wie du das gerade im Bild hast, einfach mal das Bild hochhalten und sagen, Leute, hier gibt es dieses Bild zu gewinnen. Und das pflegen wir dann auch in dieses Verlosungsspiel mit ein. Also dass man das Bild sieht und im nächsten Karussell praktisch, dass man das von dir sehen kann. So, das wäre klasse, wenn du das machen würdest. Das wäre dann so schön interaktiv. Ich bin gerade mal so in den Kopf gekommen, das könnten wir mit den anderen eigentlich auch machen, weil bis jetzt haben wir nur immer das Bild gezeigt, aber nicht den Künstler. Aber so, wenn wir einen Künstler dazu haben, wäre es klasse. Ja, das kann ich gerne machen. Okay, ich danke dir vielmals. Möchtest du noch irgendwas fragen oder irgendwas loswerden? Eigentlich nicht. Wir haben jetzt gerade sehr viel gefasst. Ja, aber es war interessant. Es war, es ist sehr, ich habe mich selbst gefragt, wie viel Zeit wir haben. Dann habe ich gesehen, das kann doch gar nicht sein. Aber wir haben tatsächlich mehr als eine Stunde jetzt hingekriegt, dieses Video. Klasse. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ja, klar. Ich wünsche dir ganz viel Freude noch an deinem kreativen Schaffen. Ich beobachte deine Account ganz gut. Würde mich freuen, wenn der Account so weit nicht bekommt. Sag Bescheid, wenn du so weit bist. Dann mach mir so ein Workshop zum Thema Aquarell zeichnen oder so zum Beispiel. oder wir sprechen noch ein bisschen drüber. Und ich denke mal, das wird sehr interessant sein, wenn wir sowas machen. Sehe ich mit dir. Cool. Danke dir nochmal. Wir hören dann voneinander. WhatsApp. Ja, danke. Joseph. Ja. ata bo. Vielen Dank. Okay. Sehr gut. Ja. die insurance sind. Darling, herbe temos einen Wax. dass du sie eine Wax. oder? Wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020